Mein Job möchte ich niemals mit irgendjemandem tauschen, das ist definitiv mein Traumjob. Seitdem ich mich für den Leistungssport entschieden habe, war es immer so, einmal zu den Olympischen Spielen gekommen. Ich habe Kira gesagt, sie wird den Dreier zu den drei besten Spielern der Welt bewerben. Sie ist mein Unterhalte, mein bessere Halte. Ich stehe dir. Auf was man alles verzichten muss. Wir sind einfach mal fast 250 Tage im Jahr unterwegs. Wir wussten von Anfang an, dass es ein steiniger Weg wird, aber wir haben uns dafür entschieden und dann gehen wir weiter an. Ein Knie fürs Alter oder ein Knie für Olympia. Du machst Motor. Nein. Es ist wirklich eine schwere Zeit einfach und die sind immer alle für uns da. Wenn ich mit ihr darüber gesprochen habe, hat sie immer von Gold gesprochen. Was habe ich gesagt? Ich habe gesagt, sie sind heute fällig. Ein Sieg will ich auf jeden Fall noch. Ich bin großartig. Oh, jetzt ist es schön. So was hat man lange durchgef manter. So schön! Oh, jetzt ist es schön! So schön! Oh, jetzt ist es schön! Vielen Dank.